Das ist schon verrückt, es geht mal wieder um alles. Wir sprechen in Berlin mit Patrick Sensburg von der CDU. Er ist Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium. Das hat letzte Woche Maaßen befragt. Und er ist jetzt bei Marion von Haaren. Guten Morgen. Ja, einen schönen guten Morgen, Susanne. Guten Morgen, Herr Sensburg. Herr Sensburg, Sie haben ja die Ohren ganz nah dran. Sie sind ja ein bisschen Geheimdienstexperte, in jedem Fall Innenexperte. Können Sie uns denn jetzt sagen, wohin die Reise heute geht für Herrn Maaßen? Ich glaube, es wird intensive Gespräche geben. Mir scheint, dass die SPD das Vertrauen in den Verfassungsschutzpräsidenten verloren hat. Ich sehe keinen Grund dafür. Es gibt ein Interview in der Bild-Zeitung, über das wir jetzt die letzten Tage gesprochen haben. Das war sicherlich nicht glücklich. Aber die ganzen anderen Vorwürfe gegenüber Herrn Maaßen halte ich für falsch. Von daher glaube ich nicht, dass er zurücktreten sollte. Nun sagen Sie die SPD. Große Teile der Opposition sieht es ja genauso. Die Linken, die Grünen, die FDP. Hier hatte der FDP-Chef noch am Sonntag gefordert, dass Herr Maaßen gehen muss. Können Sie sich da wirklich als CDU und CSU durchsetzen gegen so eine Mehrheit im Parlament? Entscheidend ist erst mal die Regierung. Die FDP hat nach den Sitzungen letzter Woche, nach dem Parlamentarischen Kontrollgremium und auch nach dem Innenausschuss noch gesagt, dass sie keinen Grund für einen Rücktritt sieht. Jetzt hat sich die Stimmung anscheinend ein wenig geändert, auch in der SPD. Die ist entscheidend in der Koalition. Und wenn der SPD das Vertrauen fehlt, haben wir natürlich ein Problem. Dann ist es aber die SPD, die den Rücktritt von Herrn Maaßen fordert, nicht die Union. Kommen wir zum Inhaltlichen. Ist denn der Herr Maaßen noch der richtige Mann? Ist er vor allem der richtige Mann zur Beobachtung der wachsenden rechtsradikalen Bewegung in Deutschland? Da gibt es ja Vorwürfe bezüglich eines Näheverhältnisses von Herrn Maaßen zur AfD. Er hat sich 5-mal mit Abgeordneten der AfD getroffen. Übrigens auch 5-mal mit Abgeordneten der FDP. Aber allein 14-mal mit Abgeordneten der Fraktion Die Linke. Weitaus öfters mit SPD und Union. Von daher, ich sehe kein Näheverhältnis von Herrn Maaßen zur AfD. Er hat immer wieder gewarnt vor dem Erstarken des Rechtsradikalismus. Er überlegt, die AfD auch in den Fokus der Überwachung zu nehmen. Dafür braucht er Erkenntnisse der Landesverfassungsschutzämter. Also ich sehe, dass das kein Grund ist für einen Rücktritt von Herrn Maaßen. Die Opposition bzw. die SPD sagt etwas anderes. Sie sagt, es gibt Belege dafür, dass Herr Maaßen eine gewisse Sensibilität hat fehlen lassen. Es gibt Streitpunkte im Zusammenhang mit dem NSU. Trotzdem noch mal die Frage, ist ein solcher Mann, der so stark im öffentlichen Gespräch steht, und der müsste ja eigentlich ein geheimer Mann sein, weil er hat ja eine geheime Mission. Er muss sozusagen über die ganz subtilen Kanäle Leute beobachten, die unsere Verfassung gefährden. Ist ein solcher Mann dann überhaupt noch tragbar? Herr Maaßen hat in den letzten Jahren eine exzellente fachliche Arbeit geleistet. Das sind mehrere Terroranschläge, kurz, unmittelbar, bevor sie ausgeführt wurden, verhindert worden. Er hat auch keine fachliche Kritik in den Fraktionen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt einen Dissens in der Bundesregierung haben, denn der Verfassungsschutzpräsident braucht den Konsens in der gesamten Bundesregierung, dann haben wir natürlich schon eine Diskussion, die sich heute Nachmittag klären muss. Und da, ich sage es noch mal, ist die SPD der treibende Keil. Ich würde mir einen anderen Umgang mit einem Spitzenbeamten wünschen. Aber die SPD muss deutlich machen, ob sie Herrn Maaßen noch mittragen will oder nicht. Gibt es einen potenziellen Nachfolger? Ich glaube, das ist viel zu früh, darüber jetzt zu diskutieren. Wir haben immer gesehen, dass die Präsidenten unserer Behörden, ob es BND war oder Verfassungsschutz oder beispielsweise auch der militärische Abschirmdienst, gute Präsidenten hatten. Und von daher bin ich mir sicher, sollte es dazu kommen, wo ich der Meinung immer noch bin, es muss keinen Rücktritt geben, dann wird sich auch wieder ein guter Präsident finden. Jedenfalls ist der Herr Sensburg nicht so sicher, dass Herr Maaßen heute Nachmittag noch der Chef des Verfassungsschutzes ist. Und mit dieser Einschätzung von Patrick Sensburg geben wir zurück nach Köln zu dir, Susann. Vielen Dank. Marion, wir sprechen uns gleich noch mal. Und ja, nach 16 Uhr heute Nachmittag sind wir in der Causa Maaßen alle schlauer. Vielen Dank.